Guten Morgen ihr Lieben! Ich möchte euch heute mit einer afrikanischen Weisheit den Tag erfreuen. Wenn der Stein denken würde, ein einzelner Stein kann keine Mauer aufrichten, gäbe es keine Häuser. Wenn ein Wassertropfen denken würde, ein einzelner Wassertropfen kann keine Fluss bilden, gäbe es keinen Ozean. Wenn das Weizenkorn denken würde, ein einzelnes Weizenkorn kann keinen Acker besehen, gäbe es keine Ernte. Wenn ein Sonnenstrahl denken würde, ein einzelner Sonnenstrahl kann keine Tage erhellen, gäbe es kein Licht. Wenn der Mensch denken würde, eine einzelne Liebesgeste rettet die Menschheit nicht, gäbe es weder Freundschaft noch Frieden auf der Welt. Wie das Haus jeden Stein benötigt, der Ozean jeden Wassertropfen, die Ernte jedes Weizenkorn, das Licht jeden Sonnenstrahl, so benötigt der Friede dich. Deine Einzigartigkeit, dein Leuchten und deine Liebe. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe. Ich wünsche euch noch eine schöne Ver thứ in dieÜber. Du bist eine sampais Wunderschönen Tag. Alles Liebe.